willkommen zu einer weiteren folge wir haben jetzt vermutlich die möglichkeit rausgefunden wie wir hier siegen können wir müssen die blut esche hier zu dem lager der feinden bringen ich hoffe die kann keinen fernkampf irgendwie im flächenschaden das wäre doof bleib ganz cool baum du kriegst das ding wieder aber damit wird es so sein dass wir nicht selber zu den türmen rennen dürfen wenn er die türme selber zerstört zum glück habe ich das nicht ausprobiert hier in der session das wird doch erst mal die letzte folge in dieser session sein das heißt den endgültigen sieg werde ich hier erst mal nicht mehr miterleben hier Zum Glück mache ich deutlich weiter. Scheinbar macht er nur den großen Turm platt. Hey, mach der Ding glatt. Wir gehen zum nächsten Lager, mein Freund. Wir werden angegriffen. Wir sind der Tod. Endlich. Wo war denn hier das andere Lager? War das nicht auch auf der Ebene? Ach, da ist wieder ein S-Bond. Wollte schon sagen, wieso kommt da keiner nach? Wo war denn hier? Wie kommen wir nochmal in das Hauptlager rein? Wenn mein Tummi fragt, hier rüber, ok. Lasst uns kämpfen! Ruhm und Ehre! Verdammt, das hat noch nicht so geklappt. Ruhm und Ehre! Lasst uns kämpfen! Ruhm und Ehre! Für die Macht, Noras Krieger! Hauptsache greift er gleich weiter an hier. Mit den Turm, please. Für die Macht, Noras! Endlich! Vorwärts, Krieger! Ah! Komm, jetzt gehen wir zum Hauptlager, Baumy! Für die Ehre! Die Schlacht ist nahe! Ich hab's ja noch keine Ahnung, wie ich das jetzt überlisten soll hier. Äh! Das wird es mir nicht folgen, das wird es angreifen Boah, das ist doch schon so nah, verdammt, jetzt greif an Das ist der Hinterhalt! Scheiße Oh, blöder Baum Entweder weg, er lebt mich doch Nor, ist mir, lassen wir sie nicht warten Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen Ich habe das Ding weg, ne? Ja Hier bin ich, Meister Das ist schön Wenn ich die irgendwie rauslocken könnte, aber ich habe keinen Zauber oder... Oder haben wir irgendwas schwaches, was ich vielleicht benutzen könnte, um die mal rauszulocken Ich rufe 1 irgendwas... Ich rufe 1 irgendwas... Oh, stimmt Oh, stimmt Jetzt ist dieser Wicht natürlich ziemlich nah an... an den Turm, ey. Kann ich vielleicht... Was verlangt ihr? Ich bin schon da. Da komme ich nicht ran, die Insel sind sie drin. Na ganz ehrlich, ich glaube das ist eine schlechte Idee von hier aus ran zu gehen. Was habe ich mir dabei groß gedacht? Na gut, dann geht's hier in der nächsten Session weiter. Ich bedanke mich. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!